Moin, ich bin hier richtig bei ArtColor. Ah moin, guten Tag. Ja, Sie sind hier bei ArtColor, genau richtig. Sie sind mir von einer Bekannten empfohlen worden. Ich würde gerne meine Küche gemacht haben. Was bieten Sie denn da so an, an Leistung? Ja, also wir machen Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, natürlich Tapezierarbeiten jeder Art und wir sind im Thema Raumausstattung auch sehr gut. Oh, das klingt schon mal total gut. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir da am Ende machen wollen. Haben Sie irgendwie was, wo sich noch ein bisschen Beratung bekommen könnte? Wir haben hier in der Nähe eine 120 Quadratmeter große Ausstellung. Da würde ich Sie gerne mit hinnehmen und da können wir Ihnen alle möglichen Sachen zeigen. Ja, das passt gut. Ich habe gerade Zeit. Dann können wir losgehen. So, Frau Müller, wir sind da. Das ist unsere Ausstellung. Moin. Moin. Ich habe Frau Müller mitgebracht. Frau Müller braucht eine Raumgestaltung und sucht was zum Thema Sonnenschutz. Kannst du Sie da beraten? Hallo, Frau Müller. Ich bin Jacinta Stürnberg. Ich zeige Ihnen gerne, was wir für Sie haben. Und in der Zwischenzeit zeigt euch Jona, wofür wir bei ArtColor stehen. Wir bei ArtColor stehen für eine einmalige Beratung. Bei uns können Sie sich auf über 120 Quadratmeter bestens beraten lassen. Die Ausstellung bei uns wird von Jacinta geleitet, so wie sich Frau Müller auch gerade beraten lässt. Nachdem Sie bei uns top beraten wurden, bekommen Sie von uns ein Angebot mit einem fairen Preis. Außerdem stehen wir für meisterliche Qualität. Wir haben bei uns im Betrieb nicht nur ein, nicht nur zwei, sondern drei Malermeister. Moin. 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 Und unsere Gesellen arbeiten natürlich auch super und achten auf jedes Detail. Perfekt. Und zu guter Letzt stehen wir für eine pünktliche Auftragserledigung. Fertig. Also, zusammengefasst. Wir sind der Malermeisterbetrieb ArtColor und Ihr Ansprechpartner, wenn es um hochwertige Maler- und Raumausstatterarbeiten geht, in Bracke und um zu. Also, kontaktiert uns, ruft uns an. Wir freuen uns auf euch.